Aya ist eine junge Wissenschaftlerin, die auf einem Raumschiff lebt. Aya hat den Planeten entdeckt, der das Potenzial hat, ein neues Zuhause für die Menschheit zu sein. Aya ist entschlossen, den Planeten bewohnbar zu machen. Sie weiß, dass dies die einzige Chance der Menschheit ist, zu überleben. Aya hat es geschafft. Sie hat eine neue Heimat für die Menschheit gefunden.